jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute spiele ich rocket league und ich will sagen let's go da bin ich auch schon im game und mein team ist da ich hoffe dass er nicht auf k ist dass er drauf gehen kann ja jetzt nicht auf k ist schon ein gutes zeichen und ich jetzt auch mit nach vorne und doch wieder nach hinten ich habe mich gespannt auf k guck okay stopp so den habe ich die mail danke dass ich hier mit auf k ist ok 10 erst das schaffe ich noch ja okay mein team wird jetzt auch noch aus dem spiel gekippt jetzt habe ich den neuen team meldet und er ist keine ahnung ich glaube ein bisschen besser vielleicht weil er nicht auf k ist komm ich habe die extra weg gewohnt jetzt komme ich wieder aufpassen komm stark so und leute vergesst gerne nicht das video zu liken und den kanal zu abonnieren das würde mich sehr freuen und hier muss ich den ball noch kurz zählen wenn ich ich denke ich steufe in seinem tor bitte und wir gewöhnen Ach Digga, wie er da nicht hoch springt. Mein teammate möchte jetzt auch schon aufgeben. Er bleibt jetzt seine ganze Zeit aufgehört, bis er regen kann. Das wäre nicht so praktisch. Aber jetzt bin ich auch endlich mal beim Kick-Off. So, komm. Schnell rüber. Was ist mein teammate? Geh doch mal weg. Boah, da ist schon wieder ein teammate oder was. Und Jura ist hier auch perfekt, ne? Muss ich sagen. Nein. Oh, die Glatte. Nein. Kommt hier mit. Schnell, mit nach hinten. Nein! Boah. Das ist hier gefährlich. So, komm. Ich bin in die Mitte. Ja, nicht da hin. Boah. Ja, okay. Da hat er mich getroffen. Komm, was du? Hier? Komm, das wird jetzt hier ein Comeback. 2-1. Um noch 2 Minuten zu spielen. Easy. Okay. Ich hoffe, mein teammate geht drauf. Oh, ne. Oh, ne. Warum ist jetzt auf-k-genau jetzt? Was soll ich machen? Digga, das ist kack. Was soll ich jetzt wirklich, Digga? Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie viele T-Mails ich jetzt schon hatte. Save schon über 5, ne? Lass ihn doch einfach. Vergesst gerne nicht das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Der wurde geboomt. Ja, okay. Jetzt noch ein Lucky Punch. Boah, noch ne Parade hier mitnehmen. So, jetzt spüfe ich den ein. Boah, ich will dann mal überfahren. Dabei muss sie geschoben werden. Womit steht er? Bitte! Oh Gott, das war der einfachste Ball der Welt. Okay, da war zu weit, könnte man entfernen. V-Z. Kommen wir jetzt einfach rein. Einfach rein. Ja, super. So, da bin ich schon in der zweiten Runde. Und leider habe ich die Runde gerade eben verloren. Ich hoffe, dass diese Runde mal besser wird. Und das, wenn ich nicht wieder andere Teammates habe. So. Schnell nach vorne. Und wild! Der ist doch schon das 1-0 von Funklo Bunch. Geh schnell noch zum Kick-Off. Ja ok, woran geht man hier mit hin? Ich fahr kurz noch ein bisschen nach hinten. Dabei kommt gefährlich. Wuh! 2-0, eine Vorlage auf mich. Stabil. Ok, ich hab mich gemultimiert jetzt drauf. Vergesst gerne nicht das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, Leute. Das ist hier ganz wichtig und es würde mich auch sehr freuen. Und mein teammate, warum lässt du den Ball nicht einfach für mich? So, den hab ich. Schau. Guck. Guck. Noch hinten. Nein! Oh mein Gott. Schade. Ich hab halt kein Boost. Oh. Knapp. Starker Schuss. Oh, der geht rein. Das war richtig stark vor meinem teammate. Wer wurde leider dann noch gewohnt, aber ist ja auch nicht schön. Und jetzt schnell noch ein Kick-Off. Nein. Boah, die haben wir leider schon wieder gebohnt. Nice. 4-0. Boah, diese Runde läuft schon deutlich besser als die andere. Und es würde mich halt auch sehr freuen, wenn ihr mal mein Gameplay von 1 bis 10 in den Kommentaren bewerten würdet. So, diese Spiele haben wir jetzt durch eine Aufgabe von den anderen gewonnen. So, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, haut rein. Vergesst gern nicht, dass ihr zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und tschau.